Also eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch üben. Deine Reaktion, wenn er dann hoffentlich zustimmt. Also angenommen, er sagt jetzt, oh mein Lamm, okay, ich werde mein Testament für dich machen. Wie reagierst du dann? Viel zu klein. Emotionaler. Stärker. Alle Schätze der Welt sind nicht im Vergleich mit dir, mein Schatz. Besser? Gut, das üben wir nochmal. Gut, das üben wir nochmal.